Hallo, hier ist wieder WA-TV. Heute habe ich einen ganz besonderen Tipp für euch. Am Sonnabend, 14. Februar, ist Valentinstag. Habt ihr einen Freund oder eine Freundin? Wenn ja, dann solltet ihr euch schnellstens überlegen, wie ihr ihm oder ihr eine Freude macht. Immer nur Blumen sind auf Dauer langweilig, Pralinen machen dick. Wir haben eine andere Idee für euch. Wie wär's denn mal mit einer Valentinstagsanzeige im WA? Geht ganz einfach und ist super günstig. Ihr klickt rein unter www.winseneranzeiger.de-valentinstag. Dort stellen wir euch verschiedene Anzeigenmotive vor. Ihr sucht euch eins aus, gebt euren ganz persönlichen Text ein, schickt das Ganze an uns und für gerade mal 5 Euro seid ihr dabei. Die Anzeige geht in Druck, ihr kauft euch am Samstag ein WA, legt die Zeitung eurem Schatz auf den Tisch, dann wird euer Liebling da drin blättern und die Anzeige entdecken, die ganz persönlich nur für ihn bzw. sie bestimmt ist. Die Anzeige, die von euch kommt und die von Herzen kommt. Ist doch mal eine Idee. Also, www.winseneranzeiger.de-valentinstag. Für 5 Euro Anzeige buchen geht ganz schnell und ist ein super Geschenk. www.winseneranzeiger.de-valentinstag.de-valentinstag.